Los, los, los! Hol die Presse weg! Sie sind aber für die Super-Rechtigkeit hier! Lasst uns für die Super-Rechtigkeit! Lass uns für die Super-Rechtigkeit! Ja, wo tut ihr ein Team-Paschiv-Klick? Ja, wo tut ihr ein Team-Paschiv-Klick? Warte mal auf, was passiert! Ich bin nicht so gut! 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 Mein Gott, ey! Was seid ihr? Wir sind nicht so gut! Was seid ihr? Wir sind nicht so gut! Was seid ihr? Erst fortgeführt werden, wenn die Teilnehmer den Mund-Nasen-Schutz tragen und die Mindestabstände eingehalten werden. Bitte alle Teilnehmer, die ein gültiges Attest besitzen, an das Ende des Aufzuges gehen. Vorher kann der Aufzug nicht fortgesetzt werden. Dann können wir die Aufstattung acht Teilnehmer, die einen gültigen Attest besitzen. Ja, aber mit den Sorgen! Wir haben vor kurzem eine Demonstration auf der Straße am 17. Juni aufgelöst. Der Demonstrationszug lief los vom Bannenburger Tor und sollte dann in Richtung Regierungsviertel führen. Da die Teilnehmenden überwiegend keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen und sich nicht an die Hygieneabstände gehalten hatten, hat der Einsatzleiter entschieden, dass die Versammlung aufgelöst wird. Dies ist vor kurzem geschehen. Derzeit begleiten wir die ehemaligen Versammlungsteilnehmenden vom Versammlungsort weg in die öffentlichen Verkehrsmittel. Es gab vereinzelt auch Festnahmen aus dem Demonstrationszug heraus, weil Personen sich nicht an die Hygienebestimmung gehalten haben. Da ist ein Größtein. Das war ganz normal. Das war eine das Gefahr nicht geschetzt. Aber wir haben größtebente.